Hallo miteinander, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert mich kostenlos und aktiviert die Glocke. Heute machen wir mal schwäbische Linsen. Man sagt schwäbische Linsen, weil der Schwabe einfach einen Schuss Essig rein tut. Das gibt so ein bisschen einen Kick für die. Dazu brauchen wir einen Topf. Da geben wir mal Wasser rein. Den schalten wir gleich mal ein auf Power, dass das Wasser gleich mal kocht. So, dann geben wir dazu, ich habe jetzt hier Berglinsen, ihr kennt Paradina Linse, ihr kennt Tellerlinse, ihr kennt nicht mehr was ihr wollt. Da kann ich jetzt ein bisschen trocknete Petersilie dazu geben. Und jetzt tun wir jetzt alles in den Topf rein. Einfach mal rein. So, dann habe ich etwas Karotten kleingeschnitten und Kartoffeln. Die Kartoffeln geben einen Sinn da drin, dass dann nachher die Linse ein bisschen so sämig wird, die Soße. Also nicht nur so Wasserbrühe, sage ich jetzt mal. So, die geben wir auch dazu rein. So. Schwupp. Das Botele. Dann geben wir rein. Etwas Maggi gibt einen guten Geschmack, glaubt es mir. Auch wenn man kein Maggi-Fan ist. Zwei Lorbeerblätter. Tomatenmal. Das gibt eine ganz schöne Farbe nachher. So. Dann gebe ich anstatt normaler Weinessig oder so, gebe ich Balsamico-Essig rein. Der ist ein bisschen milder und, wie soll ich sagen, ein bisschen vielleicht zuckerhaltiger. Aber gibt einfach einen besseren Geschmack. Nicht so krass dann. So. Dann noch ein bisschen Pfeffer rein. So. Jetzt lassen wir das alles mal aufkochen. Salz dürft ihr jetzt noch nicht reinbauen. Wenn ihr jetzt Salz dazu reinbaut oder Brühpulver, dann brauchen die Linse viel, viel länger. Weil das verhindert, dass die weich werden. Also Salz erst später. So. Seht ihr das? So. Und das lassen wir jetzt kochen. Ich sage jetzt mal, je nach Linse, also ist das ein bisschen unterschiedlich. Also ich lasse das jetzt mal so 15 Minuten, 20 Minuten leicht kochen. Zwischendrin tue ich ab und zu mal Geschmack umrühren, das nicht ohne Nachmacht oder so. Und im Falle ihr noch ein bisschen Wasser braucht, einfach immer wieder einen Schuss dazu reinleeren. Also wenn die Linse zu viel aufsaugen. Deswegen ab und zu einfach ein bisschen reinschauen. So. Jetzt lassen wir sie kochen. Leicht köcheln. Viertel Stunde. So. Jetzt haben wir unsere Linse 20 Minuten lang leicht köcheln lassen. Jetzt seht ihr das, das ja noch ein bisschen flüssig ist. So. Und dass die Linse jetzt noch einen guten Geschmack bekommen, machen wir folgendes. Jetzt hauchen wir eine Penne. So. Und dann schalten wir mal ein bisschen höher. Ein bisschen Öl rein. Dann geben wir die klein geschnittene Zwiebeln dazu. Eine halbe. Das reicht nicht. Außer ihr mögt es. Gorn-Zwiebeln, da darf ihr noch ein bisschen mehr rein tun. So. Dann habe ich ein bisschen ganz normales Mehl nachgerichtet. Das tun wir jetzt auch ein bisschen rein. So. Und ein bisschen zurück schalten. Weil das wird nämlich gleich sonst dunkel. Und immer ein bisschen rühren, damit es nicht zu dunkel wird. So. So. Das gibt immer einen guten Geruch. So. Muss man bloß immer gucken, bis sie dann ein bisschen braun sind. So. Weil das Mehl bindet ja nachher die Flüssigkeit. Damit wir jetzt noch ein bisschen dickere Soße haben. Wenn ich das mal aufgeregt. Dann machen wir es. Okay. Jetzt machen wir das Lade mit. leicht freundlich, das passt jetzt gleich, dann ziehen wir unseren Topf wieder her und geben die Linse vorsichtig, äh die Zwiebeln, die Mehlschwitze nennen wir das, jetzt tippen wir das da rein in die Linse, so, lasst es ein bisschen aufkochen, jetzt noch mal was, ein Tipp, was ganz gut ist, Balsamico Creme, gebe ich immer noch ein bisschen rein, also, gibt auch eine schöne Farbe und echt einen guten Geschmack, so, jetzt könnt ihr Salz rein tun, und dann gebe ich immer nicht so viel Salz, sondern gebe lieber noch ein bisschen gekonnte Brühe rein, das gibt nämlich auch noch einen richtig guten Geschmack, so, und zuletzt, noch ein klein bisschen, wer möchte, muss nicht, wer möchte, ein klein bisschen Soßepulver angerührt mit Wasser, einfach bloß ein bisschen rein geben, so, genau, und jetzt lassen wir das geschwind hochkochen, man sieht, es wird jetzt schon richtig dicker, okay, und riechen tut das, so, das lassen wir jetzt bloß geschwind eine Minute oder so, köcheln nochmal, dass das alles sich gut vermischt, und dann können wir anrichten, so, jetzt haben wir angerichtet, jetzt hoffe ich, dass es euch beim Nachkochen gelingt, und wünsche euch dann einen guten Appetit, bis bald!